So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit, darauf haben alle gewartet. Der Eventkalender für den Juli ist endlich da und ich muss jetzt schon sagen, ich bin enttäuscht. Für mich ist der Juli so schwach, für mich ist im Juli im Prinzip nichts interessantes dabei. Egal ob Raids, Rampenlichtstunden, Durchbruch, also ich weiß nicht. Klar, als aktiver Spieler, der von Anfang an dabei ist und du dann alles hast und sonst wie, greifst du oft einfach ins Leere, weil die Sachen immer wiederholt werden. Immer wiederholt, 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 aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Dinge, die noch nicht im Spiel sind. Es gibt so viele Dinge, die mal da waren, aber nochmal zurückkommen müssen. Es gibt so viele Dinge, auf die man wartet, die trotzdem jetzt für jeden neu wären oder eine Erneuerung. Aber sie packen immer wieder die gleichen Sachen rein. Sie holen immer wieder alles 5000 Mal zurück, obwohl sie noch so viele Möglichkeiten hätten auf was Neues. Wenn wirklich schon alles im Spiel wäre, ist es unumgänglich, dass du was zurückbringst, was schon da war und nichts Neues dazukommt. Aber, weiß ich nicht. Es ist halt freilich für die Leute, die noch nicht so lange dabei sind, die freuen sich natürlich, weil die sagen, das habe ich noch nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Aber die aktiven Spieler kann ich verstehen, dass die manchmal die Lust verlieren oder sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Gleichzeitig haben wir noch einen kleinen Abschied und zwar das Glurak, was ihr hier seht, ist das letzte Mal jetzt da in einer Infofolge. Denn das Glurak ist nur hier zu sehen, da es der Gewinner der Raidmania vom letzten Monat ausgesucht hat als Ernieblings-Pokémon und deswegen es in der Raidmania uns begleitet hat. Grafisch mit angezeigt war und dass es eben hier die Infofolgen begleitet hat. Heute Abend ist auch eine Raidmania die letzte Raidmania für den Juni. Wer nach dieser Raidmania die meisten Raidmania-Punkte im Juni hatte, der kann mir wieder sein Lieblings-Pokémon sagen, schicken, zeigen, sodass das dann im Juli die Infofolgen begleitet und auch die Raidmanias. Heute also nochmal Riggigas. Morgen die Ditzer-Raids, da freuen sich schon alle drauf, glaube ich. Jetzt aber zum Event-Kalender, Stück für Stück, wir gehen es durch, holen eure Meinungen ein. Ich möchte gern wissen, was ihr dazu sagt, ich sage euch, was ich davon halte und dann schauen wir mal, was das wird. Im Juli, vielleicht gibt es ja trotzdem noch einige Überraschungen. Der neue Feldforschungsdurchbruch. Feldforschungsdurchbruch. Ab 1. Juli 22 Uhr gibt es Geronimatz im Feldforschungsdurchbruch. Klar, nicht jeder spielt GBL. Nicht jeder hat Geronimatz aus der GBL bekommen, aber Geronimatz gab es danach eben auch aus Eiern. Es gab es auch in Raids, wo man auch häufig geradet hat, um einen Shiny zu bekommen. Hatte leider eine normale Standardrate von 1 zu 450. Deswegen haben die meisten kein Shiny bekommen. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt hier einen Shiny bekommen. Wer wirklich aus dem Feldforschungsdurchbruch einen Shiny zieht, das wäre der Schocker der Woche. Der muss das unbedingt reinschicken. Geronimatz, meine Meinung nach, auch nicht unbedingt ein Pokémon, wo man jetzt XL-Bomboms braucht oder wo man unbedingt ein Hunderter braucht oder sonst was oder keine Ahnung. Denn ich glaube, weder in der GBL noch halt bei Raids ist das jetzt ein krasses, starkes, vielseitig verwendbares Pokémon. Also, ja, ist uninteressant, oder? Freut ihr euch über Geronimatz im Feldforschungsdurchbruch? Ja, nein, schreibt es mal rein. Dann gibt es wieder 6.000 statt 3.000 Erfahrungspunkte einen kostenlosen Fanrate-Pass. Wo ja auch die Frage war, die ganze Zeit, wie das aussieht. Im Juni gab es den ja aus dem Durchbruch. Wird es im Juli auch so sein? Oder gibt es den dann wieder Montag in der Box? Den kostenlosen Pass gab es ja immer Montag in der Box. Ihr seid rein in den Shop, habt euch das abgeholt. Und die Leute haben trotzdem gemeckert. Ich meine, denen wurde das einfach hinterher geschmissen. Sie hätten auch gar keinen reinpacken müssen. Sie haben euch einen geschenkt, jede Woche. Die Leute haben sich beschwert, weil das war denen nicht genug. Die wollten mehr. Und jetzt haben sie es da reingepackt, sodass im Prinzip nur die aktiven Spieler wirklich was davon haben. Davon profitieren, wenn die sowieso jeden Tag ihr Stämmelchen abholen und ihren Durchbruch haben. Einmal in der Woche. So, haben sie auch einmal in der Woche einen kostenlosen Fanrate-Pass. Haben aber was dafür getan. Finde ich nicht schlimm. Finde ich ist okay. Kann man so machen. Und wer sich jetzt wieder beschwert, dass er keinen mehr hinterhergeworfen bekommt, bevor sie das gemacht haben, gab es ja auch keine. Und habt ihr es auch nicht vermisst, weil ihr es gar nicht kandelt. So, also, chillt eure Base. Wie es jetzt aussieht mit Legendären, ob mal wieder Legendäre in den Feldforschungsdurchbruch kommen, weiß ich nicht. Das war ja auch so eine Sache. Man könnte, Niantic denkt sich vielleicht, okay, Legendäre, aber die könnt ihr jetzt auch aus der GBL ziehen. Außerdem könnt ihr ja raiden und jetzt könnt ihr auch Fan-Raids machen. Kauft lieber Pässe. Deswegen packen wir euch nur noch kleinen Vieh in den Feldforschungsdurchbruch. Also Geronimatz finde ich jetzt nicht so krass. Gibt vielleicht Schlimmeres, aber trotzdem brauche ich nicht. Die Shiny-Familie habe ich voll und ansonsten, weiß ich nicht, braucht man das Pokémon jetzt nicht unbedingt. Stufe 5 Raid-Bosse im Juli. Da geht es weiter. 1.7.10-20 Uhr. Bidiza. Das war ja schon bekannt. Auch in seiner Shiny-Form verfügbar. Äh, Bidiza ist ja schön und gut, dass das so ein Meme ist. Mann! Dass das so ein Meme ist und man macht den Spaß halt mal mit einen Tag. Aber Bidiza, Shiny muss jetzt nicht unbedingt aus dem Raid ziehen. Kannst du ja wild überall fangen mit Chance auf Shiny. Das sollte vielleicht irgendwann trotzdem mal eins dabei sein für die Leute, die noch keins haben. Ähm, Bidiza ist jetzt auch kein Pokémon, was richtig krass stark ist und abgeht. Klar, durch die ganzen verschiedenen Attacken, die es jetzt dazu bekommen hat, ist das jetzt vielleicht ein bisschen interessanter geworden. Für GBL, auch für den Bidiza-Cup an sich. Aber so im 5er Raid beachten wir es einfach gar nicht. Ist egal. Dadurch, dass es aber nur bis 20 Uhr geht und dann ja auch noch Raids auftauchen können, kommt der nächste Raid-Boss-Wechsel direkt aber auch schon am 1.7. Nämlich 20 Uhr, müsst ihr wieder berechnen, dass da die Eier auftauchen. Das heißt, erst ab 21 Uhr am 1.7. kann dann die Oxys in der Verteidigungsform schlüpfen. Und ich verstehe es nicht. Warum? Es gab so viele, die in letzter Zeit dann schon geschrieben haben, äh, 80 Prozent, dass es die Oxys wird in der Verteidigungsform. Wo haben die das her? Wie kamen die darauf? Welche Schlussfolgerung gab es da? Hätte ich nicht mitgerechnet. Jetzt ist es da, die Leute haben Recht gehabt. Grüße an die Leute, die Recht hatten. 1.7. bis 16.7. Also bis einen Tag vorm Go-Fest. Das sind über zwei Wochen die Oxys in der Verteidigungsform. Wenn es wenigstens als Shiny eingeführt worden wäre. Die Oxys gibt es schon als Shiny, aber nicht in der Form. Wenn diese Form jetzt als Shiny eingeführt worden wäre, okay. Hätte ich mich gefreut. Hat auch zwei Raid Manias. Nimmt man mit auf der Suche nach dem Shiny, vielleicht ein Hunderter zum Hochziehen, aber ansonsten als Raid-Pokémon braucht man das auch wiederum gar nicht. Für die Go-Battle League, ja, nutzen das viele in der Hyperliga. Jetzt glaube ich durch die XL könnte man es auch mit zur Meisterliga nehmen, aber... Es ist nichts, was mich jetzt wieder vom Sockel haut. Das gab es damals in X-Rades alle Formen. Dann gab es die in 5er-Rades normal alle Formen. Jetzt packen die das hier hin. Eins von vier einfach random so da reingeschmissen. Verstehe ich nicht. Macht für mich keinen Sinn. Außer ihr erklärt mir das. Und dass es nicht als Shiny kommt, enttäuscht mich am allermeisten. Also eigentlich komplett uninteressant. Da fand ich Regigigas sogar noch interessanter und besser. Das ist ein großes, wuchtiges Pokémon. Das kann zwar auch nichts. Kann wahrscheinlich noch weniger als die Oxys in der Verteidigungsform, aber da habe ich gerne geradet. Da habe ich gerne auch drei Raids am Tag gemacht. Mit allen Accounts durchweg gehen. Den großen immer mitgenommen. Da habe ich mich auf die Raid Mania gefreut. Da wollte ich einen Hunderter. Da habe ich dann einen Hunderter bekommen. Beziehungsweise sogar vier Stück. Aus Versehen. Und das hochziehen. Das sieht einfach total toll aus. Für die Sammlung. Aber die Oxys bin ich nicht gewillt, jetzt ganz viel Pässe auszugeben. Deswegen wartet man, bis die Oxys weg ist. Aber was kommt dann? 16.07. bis 23.07. Mewtwo. Auch als Shiny verfügbar. Hey, ein Lichtblick. Aber Mewtwo gibt es schon lange als Shiny. Mewtwo war schon als Shiny da. Mewtwo war bekannt, dass das am Go-Fest als Shiny wieder da ist. Jetzt kommt es einen Tag vor dem Go-Fest schon rein. Bleibt ein paar Tage noch nach dem Go-Fest. Die Leute alle so, Ramses, kannst du beim Go-Fest mich für Mewtwo-Raids einladen, wenn du welche machst? Ich mache aber keine am Go-Fest. Da ich am Go-Fest eher andere Raids machen würde. Wo mir das Hunderter fehlt. Oder wo ich noch XL-Bomboms brauche. Wer das verfolgt hat, ich und Mewtwo, wir haben eine lange Geschichte hinter uns. Ich habe damals, als Mewtwo wieder in die Raids kam, beim letzten Mal gesagt, das war jetzt so oft da. Jetzt kommt es nochmal rein. Das wird so schnell bestimmt nicht wiederkommen. Jetzt will ich die Chance im Schopf packen. Ich will jetzt mir einen Hunderter holen. Ich habe 1000 Euro aufgeladen. Ich habe 783 Raids gebraucht, bis das Hunderter kam. Wir haben jeden Tag gestreamt. Zusätzlich zu den anderen Sachen, die gestreamt wurden, die hochgeladen wurden, wo Videos gemacht wurden, saß ich hier. Und ihr war dabei, ihr habt zugesehen, wie ich versucht habe, das Mewtwo zu bekommen. Als Hunderter. Ich habe euch auch ab und zu mitgenommen. Wir haben zusammen das probiert und versucht. Da waren 98er Shinies dabei, irgendwas, die ich einfach stehen gelassen habe, weil ich das Hunderter wollte. Die Leute haben gesagt, du bist doch bescheuert. 98er Shinies, die fangen doch. Nein. Und jetzt, du hast das 100 am Mewtwo, du hast die XL-Bomboms-Folge gehabt. Damals gab es noch nicht mal diese drei garantierten XL-Bomboms. Damals musstest du noch fangen und ein XL-Bombom kriegen. Und beim Verschicken vielleicht Glück haben, dass du noch eins bekommst. Jetzt kriegst du drei pro Pokémon. Das ist ja... Das waren damals noch ganz andere Zeiten. Man ärgert sich jetzt auch wieder darüber. Hunderter war da, Level 50 war da von dem Hunderter. Alles super hin und her. Für mich gar kein Interesse mehr an diesem Pokémon. Aber trotzdem, der tägliche Pass wird halt gemacht. Aber eine Raidmania mit Mewtwo stößt mir jetzt schon sauer auf. Einfach für die Interaktionen und um euch das zu zeigen und den Spaß zu haben mit dem Einladen. Und dass ich das immer spannend finde, werde ich das wohl sicherlich machen. Aber sind theoretisch dann 20, 25 Euro, die man sinnlos rauswirft für ein Pokémon, was man gar nicht mehr braucht. Woran man gar kein Interesse mehr hat. Aber ich tue das dann nicht für mich, ich tue das dann für euch. Sagen wir es mal so. Was auch noch dasteht, Spiele ab Rang 20 erhalten in der Kampfliga eine 100% Chance auf eine Begegnung mit Mewtwo. Das heißt nicht, ihr kriegt 100% ein Shiny oder ihr kriegt ein 100%iges, sondern es gibt eine garantierte Belohnung ab Rang 20, dass ihr das dann bekommt. Und als Belohnung, wenn ihr da rum macht. Ab 23.7. noch unbekannt. Da gibt es nochmal einen Wechsel, was Ende des Monats kommt. Aber mittlerweile glaube ich nicht mehr dran, dass dann noch was Neues kommt. Vielleicht packen sie dann noch ein Dioxys rein. Am besten eins, was noch nicht als Shiny da ist. Es aber auch nicht als Shiny einführen. Dann würde das wenigstens zum Anfang des Monats passen. Ich hätte mich gefreut, wenn sie irgendwo mal Mega Mewtwo jetzt gebracht hätten, wenn sie schon Mewtwo euch so an die Backe schmieren. Aber die Mega Raids stehen ja auch fest. Die Mega Raids stehen auch da und da ist kein Mega Mewtwo dabei. Weißt du, so heftig 5 Jahre das, 25 Jahre jenes. Mewtwo hin und her. Aber wo ist denn Mega Mewtwo? Das wäre doch der perfekte Zeitpunkt gewesen, den ersten legendären Mega Raid einzuführen. Mega Pokémon. 1.7. bis 16.7. Also solange wie Dioxys da ist, gibt es dann auch Mega Hundemon. Mega Hundemon hat bisher noch keine Folge Raids für Zuschauer gehabt, obwohl das eigentlich ein cooles Pokémon ist. Mal gucken, wird es sicherlich in der Zeit mal drankommen. 16.7. bis 23.7. Solange wie also Mewtwo da ist, Mega Gengar. Was für viele ja heftiges Lieblings Pokémon ist, zusammen mit Garados. Und ja, haben wir halt auch schon ein paar Mal gemacht. 23.7. bis 6.8. Mega Glurak X. Jetzt interessant, weil die Wechsel von den Legendären sind immer genau wie die Wechsel der Mega Raids. Aber bei dem letzten steht nur 23.7. Kein Ende. Bei dem Mega Raid aber 23.7. Bis 6.8. Kann man davon ausgehen, dass also der 5er dann auch bis 6.8. da ist? Vielleicht. Außerdem, Mega Pokémon, also Mega Glurak X ist wohl am leichtesten zu besiegen von den ganzen Viechern. Wenn man jetzt an Garados oder an Gengar denkt. Gut, Mega Hundemon, das kann man auch gut mitnehmen, sag ich mal. Aber auch hier bei den Mega Raids nichts Neues. Wo ist denn Mega Stolos, was so ewig schon im Code gefunden wurde, angekündigt? Wo ist Mega Lucario, Mega Despo da? Das ist doch das Jubiläum im Sommer. Es ist Sommer. Es wird so ein fetter, krasser, heißer Sommer. Aber nur alte Kamellen. Da bin ich enttäuscht bei den Mega Raids. Also, selbst wenn die 5er kacke gewesen wären, aber bei dem 6er wäre was krasses dabei. Dann hätte man statt Mewtwo Raids an meiner Stelle eben Mega Raids gemacht. Jeden Tag. Aber so, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist für mich komplett langweilig, der Juli. Mega Pokémon, was ist euer Liebling davon? Was braucht ihr denn noch? Schreibt es mal rein. Was sagt ihr zu Mewtwo? Was sagt ihr zu Dioxus? Was sagt ihr zu Geronimats? Raid Stunden jeden Mittwoch wieder, also 2x Dioxus, 1x Mewtwo, 1x das Neue bis jetzt. Äh, Rampenlicht Stunden. Uh, das ist auch immer fein, da das Interessanteste rauszusuchen. 6. Juli, Bisasam, Seaday Pokémon, Doppeltfang-EP. 13. Juli, Glumanda, Seaday Pokémon, Doppeltfang-Bomb-Boms. 20. Juli, Schicky, Doppeltverschickt-Bomb-Boms, Seaday-Pokemon, hab ich vergessen, okay. Es ist ja schön und gut. Die hatten alle einen Seaday. Die sind auch so oft bei diversen Events immer wieder da, hin und her. Aber klar, nicht jeder hat den Seaday gespielt. Viele sind erst neu dazugekommen. Aber der ganze Juli wirkt so, als würde man einfach den neuen Spielern versuchen wollen, die alten Sachen schnell noch hinterherzuwerfen. Während die aktiven Spieler einfach in die Röhre gucken. 27. Juli, Natu, kein Seaday-Pokemon. Wäre wohl das wertvollste Shiny von denen hier. Aber ist wohl wahrscheinlich auch das nutzloseste Pokémon von den dreien. Und Doppeltentwicklung-EP. Was auch auffällt, es gibt keinen doppelten Staub, den es sonst wenigstens auch einmal im Monat gab. Selbst der Staub-Bonus ist hier nicht da. Sonst habe ich immer gesagt, das mit Doppeltstaub, das ist die beste Rampenlichtstunde. Ist hier nicht dabei. Man könnte jetzt natürlich sagen, man hat die Möglichkeit bei Bisasam, Glumanda und Schicky, die haben ja alle eine Mega-Entwicklung, dass man da auch XL-Bonbons noch farmt. Dass das Mega-Pokemon noch krasser ist. Okay. Könnte man so sehen, aber ich habe, glaube ich, bei allen drei die XL-Bonbons voll. Monatou ist uninteressant. Rampenlichtstunde wüsste ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach sagen, ja, dann ist halt Glumanda das Coolste, weil da halt das Shiny Glurak cool aussieht und so viele Leute mögen. Und weil Glurak zwei Mega-Entwicklungen hat, also wäre das mein Favorit. Aber eigentlich die Rampenlichtstunden auch eher uninteressant für mich. Mega-Rades, Raids, Durchbruch, Rampenlichtstunden. Ihr könnt eure Favoriten ruhig reinschreiben. Da freue ich mich schon drauf, weil viele von euch da eine andere Meinung haben. Da die eben das noch brauchen oder das noch suchen oder da das Shiny oder da noch Bonbons. Also deswegen schreibt ruhig alles rein, was euch interessiert. Weitere Events, was noch dasteht. Und dritter Siebter, der Community Day, das ist schon diesen Samstag, 11 bis 17 Uhr mit Floing, also der Feuerstarter. Sechster Siebter bis 13. Siebter, eine Jubiläumsfeier zum fünften Geburtstag von Pokémon Go. Da bin ich mal gespannt. Der fünfte Geburtstag, da muss es doch was geben. 20 neue Hut-Pikachus. Jedes Pokémon hat einen Hut auf an dem Tag. Das wäre richtig genial. 11. Siebter, 18 bis 0 Uhr Go-Kampfabend. Ja, ich kann doch eh nix in der GWL, aber das ist genau mein Ding, genau. 17. Siebter, 18. Siebter, das Go-Fest 2021, wo wir über den ersten Tag immer noch nicht so viel wissen. Nur vom zweiten, die Raids. Und der zweite Tag auf jeden Fall komplett chaotisch wird. Ansonsten war das eigentlich der Juli-Adventskalender. Wie gesagt, ich bin enttäuscht. Für mich leider nichts Interessantes so dabei. Der einzigste Lichtblick wäre noch der unbekannte Raid-Boss ab dem 23. Siebten. Aber dass plötzlich noch ein Mega-Raid auftaucht, kann nicht sein. Das einzigste kann sein, dass hier ab 23. Siebten vielleicht noch was Interessantes passiert. Schreibt mal rein, was gefällt euch am Juli. Habt ihr damit gerechnet? Wart ihr die, die gesagt haben, die Oxys kommt? Braucht ihr noch ein Mewtwo? Ja, wahrscheinlich. Die meisten sagen, Mewtwo, ich werde ausrasten. Ich nicht, ich werde einrasten. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out. Vorhaut, euer Ramses.